mal in freunde seien ganz recht herzlich begrüßen willkommen zu einem neuen Part von die Kunst des Mordens hier Nicole Bonnet hat da irgendwie was mit ihrem Laptop sie hat anscheinend kein Adapter und das ist ein bisschen scheiße nur weil wir müssen ja irgendwelche Daten übertragen sprich die Fotos die wir gemacht haben und nun ja mal gucken ob der nette Rezeptionist was er sich wieder hat das deucht mir die Bambus hat uns letzten schon so angelacht dann sagt man die man direkt an ist nicht was ich damit machen soll jetzt ist der typ weg und gucken wir hier irgendwie er ist ja gerade mal nicht da ich kann noch nicht gehen okay gut dann müssen wir mal gucken was hier noch so offen auf der Rezeption so rumliegt klingelt in der moment ist der Schlüsselkasten des Eigentümers na gut dann müssen wir klingeln denn wir brauchen Adapter kollege so hier jetzt darf ich endlich bimmeln durfte die letzten folge nicht jetzt habe ich bing bing hallo François hallo ich werde nicht wie ein Kind mit der Klinge spiel ich bin Spiegel 45 ich darf das nicht wie ein Kind der Klinge spielen die Spiegel dürfen auch gar nichts ist auch voll zum kotzen hier dann komme ich denn da irgendwie vielleicht irgendwo rein es ist sie da komme ich aber nicht mehr da komme ich nur zu der Glas Vitrine mhm ok dann hier ist aber auch irgendwie nix ne da waren wir schon so vielleicht ist im Café jetzt irgendwas passiert wir schauen uns hier ganz genau um ah wie ist hier jetzt wen haben wir denn da Kaffee nur Kaffee äh Pierre Pierre der Mann heißt Pierre ok dann quatsch mal mit Pierre wenn sie dazu nix sagen will ne ey pass mal auf Pierre Baby pass mal auf wir haben irgendwie Adapternotstand da sind sie ja ich muss sie um etwas bitten wollen sie sich zu uns gesellen Sylvie Leroux Miss Bonnet hey wie geht's ihnen freut mich sie kennen zu lernen womit kann ich dienen ich brauche einen Adapter für mein Ladegerät ich kann mein Telefon nicht aufladen ich habe oft Gäste mit diesem Problem deswegen kaufe ich ab und zu solche Adapter großartig nur nehmen viele Gäste bei der Abreise die Adapter einfach mit im Augenblick habe ich leider keine scheiß Diebstahl ey verdammte Diebespacke ist so eine Handtücher am Adapter meine Fresse ok was mach ich denn jetzt ich hab voll scheiße hier man 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 wo kann ich welche kaufen jetzt gerade wahrscheinlich nirgendwo aber gleich morgen früh kümmere ich mich darum schade dass das nicht eher geht aber danke was ist mit ihnen Sylvie haben sie keinen ich kenne das Problem aber ich habe leider auch keinen ich habe ihn auf Malta vergessen dann können wir nur bis morgen warten warten sie bei uns auf ihr essen danke aber ich muss wieder nach oben bitte kommen sie gleich wieder das essen ist fast fertig ich kann nicht bis morgen warten ich muss mir was einfallen lassen aber jetzt mal ohne Scheiß liebe Leute du bist eine FBI Agentin du weißt du musst nach Europa da gibt es irgendwie andere Techniken und du hast nichts Nicole meine Süße das gibt aber Abzüge in der B-Note hier Pierre pass mal auf Schuss wir gehen jetzt mal einen schönen Abend ich will viel lieber jetzt hier ins Kaffee bitte kommen sie gleich wieder das essen ist fast fertig ich würde schon mal gerne Cappuccino saufen aber hier Nicole will ja nichts machen keine Zeit zum Kaffee trinken keine Zeit zum Kaffee trinken einfach scheiße ja hellse unglaublich man 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 so gut dann müssen wir jetzt natürlich komm ich da hin ne da komm ich aber auch einen Moment stopp hier im Fragezeichen ne 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 was denn wenn ich hier zurück wo komm ich denn da eigentlich hin ah schön kann ich denn hier irgendwo ich kann ja nirgendwo hin ne das geht ja geht so ne ich kann nirgendwo hin aber schön das mal so gesehen zu haben ne tolles Bild muss ich ja schon sagen ach ich würde mich da so gerne hinsetzen und jetzt ein kleines Käffchen oder so trinken aber Nicole hat keine Zeit he he lässt sich lieber von Spielkind durch die Gegend hier können wir denn vielleicht da ist nix ne da ist nix ne da ist gar nix ne das ist nur die Klingel na gut dann müssen wir vielleicht irgendwas tricksen ne tricksen können den will sie ja nicht nehmen ich weiß nicht was ich damit machen soll ja 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 ok was mach ich denn jetzt was mach ich denn jetzt hier wo ist die Dusche können wir denn keine Dusche nehmen ich äh so jetzt müssen wir mal ganz kurz hier auf den links gucken oh Lampe cool Lampe ich spiele lieber nicht an einer Lampe herum die angeschaltet ist ok das war deutlich dann mach ich sie mal aus Nicole und jetzt spielen wir jetzt ein bisschen mit der Lampe Nicole he 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 oh was habe ich jetzt gemacht Lampe ah hallo gehen was ist das Lampe denk nach Nicole können wir die bisschen kurz schließen und was ist das eine Glühbirne für Gleichstrom eine Glühbirne für Gleichstrom was können wir denn mit einer Glühbirne für Gleichstrom machen was können wir denn mit einer Glühbirne für Gleichstrom machen also ich bin sagen wir mal technisch und sehr begabt meine lieben Leute geht jetzt ne ne anscheinend geht sie nicht mehr wir machen wir mal aus sicher sicher sonst meckert sie gleich wieder gut dann gehen wir mal raus was können wir mit einer Glühbirne für Gleichstrom machen ne komm mal hier raus können wir hier das sieht so ähnlich aus ne denk nach Nicole denk nach Nicole Ok 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 Moment 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 können wir die vielleicht damit wir brauchen eine andere Lösung ok ok können wir denn mit der Antenne irgendwas machen ne geht nicht geht nicht Kabel gibt es irgendwelche Kabel Antenne komm mal ein bisschen geh uns nicht auf geht nicht äh Kabel Hm en Triky 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 so pass mal auf hier Das Handy wird aber auch gar nicht aktiv ne irgendwie gar nicht aktiv das noch das ist ladegerät dass der stecker gehen nur wieder rein du kommst du rein das hatten wir schon und können wir denn jetzt mal hier denkt das macht ja auch nicht nach nikon hier ein bisschen abkleben oder das nennt man versuch und irrtum diese objekte passen nicht zusammen okay okay wenn man wieder raus geht machte das automatisch so können wir hier ein bisschen rumklinge ich vergessen sie anzuschließen nehmt wieder steckt auf jeden Fall die Antenne können wir denn hier ne können es funktioniert nicht geht nicht Antenne nicht so rumdrehen kann ich sie nur rumdrehen okay hier kann ich aber auch nicht viel machen ne ich würde ja viel über duschen und kaffee trinken aber ich mich frage oh adapter den hab ich noch gar nicht gesehen gut nachher adapter ah 110 wollte 110 können wir denn hier da diese objekte passen nicht zusammen ich hab das kabel dass das krieg nie wieder zusammen die leute ich jetzt ist es kabel da jetzt mal hier das ding drauf ballern wo ist denn das kabel hin hä wo ist das kabel denn jetzt hin wir haben das nicht im inventar ist das kabel können wir denn das ist im moment jetzt mal die fragezeichen warum hab ich denn das kabel warum hab ich denn jetzt umgedreht die leute sagt mir das kann ich denn hier irgendwie ne kann ich nicht ich habe vergessen sie anzuschließen jetzt zieh doch mal aus habe ich vergessen sie anzuschließen ja anscheinend irgendwas passt ja nicht also komm hier kind stell dich so blöd an natürlich ich der sich blöd anstellt das weiß ich schon nicht nach nicole habe ich vergessen sie anzuschließen schnauze dumm hier gibt es nur antenne antenne aber wo ist das kabel ich hatte doch das ist das das kabel ist einfach weg ich kann das ding auch nicht mehr irgendwie aktivieren dann geht gar nichts mehr ich will erstmal jemanden keks essen bedämmte scheiße es ist das ist aber tricky jetzt hier die leute das ist ja unglaublich das ist diese objekte passen nicht zusammen schnauze wir brauchen eine andere lösung auch meine aber das kann ich auch nicht reinstecken geht nicht okay wofür habe ich denn okay pass mal auf dann gucken wir mal ganz kurz auf die lampe da da ist das kabel denkt nach nicole okay ich spiele lieber nicht an einer lampe herum die angeschaltet ist ich spiele lieber nicht an einer lampe herum die angeschaltet ist ich könnte ein paar kabel gebrauchen um das anzuschließen ganz einfache drähte würden genügen das funktioniert nicht okay denkt nach nicole ganz einfache drähte wo kriege ich denn das drähte hier liebe leute ich braucht drähte drähte können wir denn hier die eine glühbirne für gleichstrom pass mal auf können wir denn die vielleicht ein bisschen verkleistert nach nicole können wir hier ein bisschen zu klössern nach nicole ein bisschen zu klössern das nennt man versuch und irrtum okay pass mal auf äh gibt es nur das und das denk nach nicole okay kommen wir wahrscheinlich so erstmal nicht weiter vermute ich mal okay na gut das heißt wir brauchen jetzt ein paar drähte 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 hier irgendwas okay ein paar drähte wir brauchen ein paar drähte das fragezeichen da hast du kein draht in deiner tasche süße pass mal auf guck doch mal nach immer heutzutage wird die kleine schicke handtasche können ja nicht duschen wir können ja nix nie mehr kacken wir können gar nix ja was aber dann gehen wir hier raus drähte wir brauchen drähte den wir es immer noch nicht nehmen ich weiß nicht was ich damit machen soll okay irgendwas einschlagen oder so so langsam bin ich irgendwie nur auf krawallgebühr wo ist das denn taschentuch ein sauberes taschentuch ist für meine arbeit manchmal unerlässlich okay wir können daran wo wusste ich gar nicht super ich weiß nicht was ich damit machen soll hast du doch gerade gesagt unerlässlich und so ein sauberes taschentuch ist für meine arbeit manchmal unerlässlich dann sag es doch alles nicht was ich damit machen soll ein champagnerkorken aber nur am geruch erkenne ich den jahrgang nicht ich schon ich weiß nicht was ich damit machen das ist chateau reibach 1793 ich weiß die kümmern hier vielleicht haben müssen denken nach nicht okay schnauze im sensoren versuch als er hat man bei so genähtem sein nix machen wir brauchen eine andere lösung okay wir brauchen eine andere lösung okay so hier nur das geschirr schließen um mit halle haken und gewinnen hat und die man in holz drehen kann können wir den irgendwie nicht weiß nicht was ich damit machen sollen weiß aber auch gar nichts nicole ist ja unglaublich wie bist du am fbi agentin geworden es ist unglaublich geschirr wann finde ich wohl mal die zeit für ein gut ich weiß nicht was ich damit machen soll ok ok da will sie nicht hin den bambustab will sie nicht nehmen hoch waren wir schon hier können wir auch nichts nehmen hier gibt es nur die klingel ne ja hier gibt es nur die klingel da gibt es die rezeptions ansicht von rechts dann gehen wir noch mal zu pierre mal gucken was ob hier was zu verkaufen hat hier so pierre ich würde viel lieber kaffee trinken das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt ne pierre pass mal auf junge wir brauchen irgendwie draht oder so was zu verschenken das ist tatsächlich die leute ich bräuchte ein kurzes stück draht wozu brauchen sie es denn ich muss etwas aus meinem laptop bekommen wie wäre es mit einer haarnadel ich habe ein paar herumliegen perfekt vielen dank kein problem ja ich gehe nach oben einen schönen abend noch sehr wie ich würde mit dir kaffee trinken mit ihr auch gleich wieder das essen ist fast fertig ich glaube nicole ist nicht so nach essen verdammte scheiße hier ganze so schön in paris sitzen und auch guckt euch mal das schöne hotel an das ist irgendwie so ok hoch hier ne kind rennwiske will nicht essen will nicht kaffee trinken was ist es für Mist der Mann 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 so pass mal auf können wir jetzt hier mit dem wir schließen ja gerne mal dinge kurz können wir jetzt hier so ah ok oh oh was bringt das jetzt habe ich vergessen sie anzuschließen oh jetzt können wir sie nicht mehr umdrehen habe ich vergessen sie anzuschließen ok pass mal auf dann ok dann müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen ruhe gewalt anwenden aber das kann ich mir nicht vorstellen nicht geht nicht ok mal anmachen passiert gar nichts ok was mache ich damit jetzt was mache ich mit diesem wissen mit diesem unergründlichen wissen pass mal vielleicht das mit dem moment den adapter kann man dazu irgendwas machen können wir gar nichts machen ok dann müssen wir doch wahrscheinlich doch hier irgendwas tricksen das passt ja nicht ne kommst du nicht rein muss man auch bringen das hat auch eben schon nicht funktioniert das funktioniert okay ok dann geht er wieder rein habe ich vergessen sie anzuschließen tricky 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 so aber ich kann das ja hier auch nicht ne wenn ich dir jetzt da rein schubst das wird doch nicht gehen wir brauchen eine andere lösung ja ich habe mir schon fast gedacht so zusammen ok wenn ich jetzt einfach so raus gehe was passiert dann wie er das ganze vergessen wird das ganze vergessen hier gibt es gar nichts ok aber vielleicht liegt das kabel jetzt da liegt es auch nicht diese objekte passen nicht zusammen wir brauchen eine andere lösung ok wir brauchen eine andere lösung meine büroausrüstung ok lampe aber was hat uns das jetzt gebracht okay ist jetzt an oder dass sie aus jetzt müsste sie sich an sein oder ah seht mal was für eine coole technik über das habe ich nie gesehen so unglaublich das war wahrscheinlich früher dass im wlan vermute ich mal so man war doch ein bisschen was wir hier mit machen liebe leute das wäre dann in der nächsten folge sehen erleben erfahren wie auch immer ich würde viel lieber cappuccino und mit Pierre und Silvie trinken aber das steht nicht so in dem die kohlen zu beplanen die leute in diesem sinne ab in die reine vielen dank für zuschauen und wie gehabt in diesem sinne habe ich gesagt und öde schüttchen mit mir gesagt er ist im spiel gegen 45 tschau tschau und die sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020